Yo Leute, was geht ab? Ich bin wieder hier mit Klaura. Heute ist Brustraum und ein bisschen Fokus darauf, auch gern heute waren wir hier. Heute ist Montag, das Video kommt jetzt Mittwoch. Und dann schönes Wetter draußen. Darauf wird noch weiter gearbeitet. Viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. Ja, auf jeden Fall sollte ich mal ein bisschen crazy aufgeben, die ich will auch mal am 2.3 aufgeben. Gar nicht. Anreizen, den inneren Schwägen und die Sorge. Bei jeder scheiß Übung, ob es Curls sind, Squats, Benchpress. Einfach immer kontrolliert arbeiten. Das bedeutet immer schön Spannung im Bauch und Rundfarbe. Schulter bleibt nach hinten ziehen und kontrolliert arbeiten. Nicht abfallen lassen und immer mit der Sekundenpause dazwischen arbeiten. ihre Filme und die Gäste freuen. Und POWtchen rein. Also würde ich nach unten gehen. Die Link såasti ist es für diese Lauf. Das geht das Beật. Die Gelarsmeln. Der Lewis Marcel war jetzt vonüfungsan…! Ich habe einen Auf하는데 varиях. Bимся im Bauch. C Go Ch autor So, nach vielen Grußkaufschänden, ich freue mich auf die Rückendung, habt ihr sehen, wir haben ja immer wirklich einen Tag kurz den Grußkampf und einen Tag kurz das Rückendung. Jetzt haben wir hier den Lücken, den wir mal drin vom Abzug von Simo Panda aufgeschaut. Ich glaube, den Strich ist echt geil. Okay. 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 Got me all out. Damn. Empty. Reflection. Freeway. Bis zum nächsten Mal.